Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit mir von Neuer, Gamebalazards Hobby, jetzt hab ich's doch wieder gesagt. Und ich hab mir gedacht, wir spielen mal wieder mit Wrestler Pikachu, mit der haben wir zwar nur eine Siegschance von 20%, naja, shit happens, aber Wrestler Pikachu ist cool. Also nehmen wir den und versuchen wir unser Bestes zu geben. Versuchen wir unser Bestes zu geben. Wir geben nicht unser Bestes, wir versuchen es. Je nachdem, wie man uns lässt. Ach, Delory wieder. Na schön, vielleicht gewinnen wir jetzt. Pikachu! 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 Ah, das nervt doch hier. Haha. Hahaha. maker? Das war's. Wow! Hehehe... Ein Snehl! Pick up, Pee! Das war's für heute. 2-0 abgehauen hier. Abgehauen? Umgehauen. Oh, mein Deutsch lässt sich zu wünschen übrig. Immer wieder. Man merkt, die Arbeit färbt ab. Okay. Hey, wir sind wieder in der goldene Mitte unserer Punktenlisteziffer da unten angekommen. Unser Punktenleister. Sehr schön. Hey, erstes Spiel mit Wester Pikachu gewonnen. Gegen den, der uns vorhin vermöbelt hat. Sehr schön. Das hat mich gefreut. Nächster Kampf. Wen haben wir da? Wen haben wir gefunden? Es ist, es ist, es ist! Die Mimi aus Deutschland. Mit Tuchengardt. Hallo! Vielleicht hast du jetzt eine bessere Chance gegen mich zu gewinnen. Mit Wester Pikachu bin ich nicht so gut. Zumindest habe ich mit Wester Pikachu mehr Niederlagen als mit Knackrack auf jeden Fall. Ne, das habe ich jetzt nicht. Ich habe ja mit Knackrack mehr gespielt. Aber prozentual gesehen, die Siegeschance ist mit Wester Pikachu niedriger als mit Knackrack. Ich habe ja mit Knackrack. Ich bin ja, glaube ich, ein Gluftkipp. Scheiße. Tatsächlich. Ha, hat aber funktioniert. Ja! Pika Pika Pika. Mimi, es tut mir so leid. Aber ich sehe uns ja auf YouTube, dass du dir meinen Namen vielleicht merkst. Pika Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika. Nein, fallt direkt rein. Scheiße. Oh, Donnergumann. Also, überlebt. Jawoll. Mimi, es tut mir echt leid. Du siehst auf dem Cover schon süß aus, aber es tut mir echt leid. Immerhin verstehst du mich. Aber vielleicht sieht man sich ja auch mal auf YouTube. So, plus und mehr Punkte. Jawoll. Danke, Mimi, trotzdem. Auch wenn es mir leid tut. Aber es danke trotzdem für die 100 Punkte. Ich kann ihn gebrauchen. Okay, du auch. Na gut. Hey, zweiter Sieg in Folge mit Wrestler Pikachu. So viel Glück hat ich auch schon lange nicht mehr mit dem. Ein Sascha aus Finnland. Ein Kroater aus Finnland. Okay. Mit Guadevoa. Dope Dahn, Sascha. Heißt noch, glaube ich, Dope Dahn. Na, egal. So, dann wollen wir mal. Ding Guadevoa. Wird natürlich auch nicht so leicht. Ich kann ja nicht unter die Erde hindurch. Ich kann ja nicht unter die Erde hindurch. Nein. Gibt man da zwei KP. Das darf ich doch wohl auch schaffen. Nein. Sascha, das war knapp. Unfassbar. Okay. Der ist auch Kuput D1. Kann man ja so schön spannender Kampf sein. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ach, komm, voll reingewirft, so ein shit. Die Attacken kenne ich gar nicht. Nein. Oh, verdammte, knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Machst du platt. Jawohl. Oh, das war knapp. 1-1. Meine Güte. Hm. Weil ich weiß direkt, er weiß direkt, weil er packt, anfangen soll zu packen. Wow. Warum macht er kein Limit? Das gibt's doch nicht. Scheiße, Sascha, Herzschlitz-Wunsch war ein guter, knapper Kampf. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Das schreibt er förmlich an der Reward. Komm schon, ein Kampf geht noch und hoffentlich kommt er noch einmal. Fände ich cool. Computer. Da haben wir schon einen. Komm schon, der Sascha aus Finnland wieder. Gib ihn mir. Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Okay, Reward. Du Meister. Okay, mal schauen, ob's diesmal was wird. Da wird sich jetzt bestimmt auch denken, oh nee, nicht der schon wieder. Nee, irgendwie wird das nix. Was ist das für eine Attacke? Die kenn ich gar nicht. Die haut an ja voll wieder weit weg. Ich glaub, bei der Luft ist raus. Okay. Hey, ich hab eigentlich Angriff gedrückt. Nee, diesmal wird's glaub ich nix. Irgendwie ist die Luft draußen. Jetzt da ist zwar mal Mundscherfüllung gegangen, dass er wieder drankommt. Und dann sowas, ey. Shit. Der hält mich voll auf Entfernung. Und was ist das für eine Attacke? Ach komm schon, das hast du doch gar nicht nötig. Okay, Sascha, der Kampf war jetzt blöd. Zumindest der Abschluss, den fand ich jetzt beschissen. Na gut, jetzt sind wir bei 14 Minuten, das heißt, das war's. Okay, drei spannende Kämpfe hatten wir jetzt mit Wester Pikachu. Zwei davon haben wir gewonnen. Der letzte Sieg war jetzt, naja. Aber gut, okay. Das war Pokémon Tekken Gigs auf Nintendo Switch mit mir und Wester Pikachu auf meiner YouTube-Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet gut Unterhaltung. Daumen hoch, wenn ja. Und wenn ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Würde ich mich schon freuen. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Teil wieder oder beim anderen Let's Play. Auf jeden Fall viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.